Hohe Synode, liebe Geschwister, liebe Hohe Synode, liebes Präsidium. Der Lehrtext für den heutigen Tag steht im ersten Petrusbrief, drittes Kapitel, Vers 15. Er kann und soll uns Richtungen geben, auch für unsere Synodaltagung, weil er sehr grundlegend davon spricht, was wir tun sollen. Seid stets bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn jemand von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Zuerst höre ich den starken Anfang, Rede und Antwort stehen und Rechenschaft geben. Das kennen wir und das tun wir, das tue ich jetzt auch gleich, wenn ich über die Arbeit des Landeskirchenrates, unserer Kirchenleitung, berichte. Aber der Vers geht weiter, wir sollen gar nicht bereitstehen und rechtfertigen, was wir im letzten Jahr gemacht, angeschoben, erledigt oder liegen lassen haben. Nein, wir sollen Rede und Antwort stehen über die Hoffnung, die in uns ist. Dabei geht es nicht um meine und deine individuelle Hoffnung, sondern um unsere gemeinsame Hoffnung als lebendige Gemeinde Jesu Christi. Die Hoffnung, die uns gemeinsam trägt und stützt und hält und die es ermöglicht, weiterzumachen mit allen Unzulänglichkeiten und Vergeblichkeiten. Was ist die Hoffnung, die in uns ist? Hier hilft der Wochenspruch weiter. Auch ein Vers aus dem ersten Petrusbrief. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Da ist sie wieder, die Hoffnung. Jesus siegt. Er ist auferstanden. Das Licht ist stärker als die Finsternis, das Leben stärker als der Tod. Diese Hoffnung lässt uns anders leben und schlägt einen Bogen in das ewige Leben. Wir haben eine Hoffnung über dieses Leben hinaus, eine Hoffnung, die alles übersteigt. Wir kommen von Ostern her, von der Hoffnung des Auferstandenen und so rufe ich Ihnen zu Beginn unserer Synode den Ostergruß zu. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Wir sind miteinander für unsere Landeskirche auf dem Weg. Und wir sind gemeinsam verantwortlich. Wir ringen um gute Lösungen für noch unbekannte Wege. Einiges wird in diesem Jahr für viele auch schwierig werden. Das erfordert von uns nicht nur eine gute Kommunikationskultur, sondern regelmäßig auch den Austausch über die Hoffnung, die in uns ist. Eine Hoffnung, die wir als Evangelion, als frohe Botschaft nach außen tragen und uns aber auch gegenseitig zusagen sollen. Als fröhliche Menschen, die zwar angefochten, aber gerettet sind, gehen wir freundlich, liebevoll und mit dem Osterlachen auf den Lippen, tröstend, hoffnungsfroh miteinander um. Wir werden wunderbare Überraschungen miteinander erleben. Ich danke Ihnen, dass Sie mir die Gelegenheit geben, Ihnen zu unserer Arbeit im Landeskirchenrat Bericht zu erstatten. Neben einem allgemeinen Überblick über unsere Arbeit möchte ich zwei Schwerpunkte legen. Zum einen auf die Aufarbeitungsstudie Forum und zum anderen auf die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung KMU 6, die uns im Laufe unserer Tagung ja noch intensiv beschäftigen wird. Erstens zur Arbeit des Landeskirchenrates im Berichtszeitraum Mai 23 bis März 24 Berichte einmal im Jahr in der Frühjahrssynode aus dem Landeskirchenrat. Seit dem letzten Bericht im April 2023 hat der Landeskirchenrat siebenmal in Erfurt getagt. Wir haben als Landeskirchenrat der dritten Landessynode der EKM jetzt die Halbzeit erreicht. Wir haben die Themen, die uns der Landeskirchenrat der zweiten Landessynode übergeben hat, die Staffelstab-Themen in geeigneter Weise aufgenommen und einer Bearbeitung zugeführt. Mit der groß angelegten Seelsorgevisitation, deren Ergebnisse jetzt in der kommenden Herbstnode vorgestellt werden, haben wir den ursprünglichen Arbeitsauftrag, die Seelsorge zum Thema zu machen, deutlich übererfüllt. Im Herbst werden wir alle Themen, die wir vom vorherigen Landeskirchenrat übernommen haben, bearbeitet haben. Vor aller thematischer Arbeit stehen im Landeskirchenrat auch die Zeiten der geistlichen Gemeinschaft. Wir sind dankbar, dass präsentische Treffen möglich sind. Online-Formate sind, wenn es die Umstände erfordern, eine gute Möglichkeit. Aber der Landeskirchenrat hat beschlossen, möglichst präsentisch zu tagen. Die Gespräche am Rande, gemeinsam verbrachte Abende, besondere Ereignisse, sind dem Landeskirchenrat wie in der Landessynode wichtig und wertvoll. So zum Beispiel am Abend des 8. Dezember, an dem wir im Landeskirchenrat dann einen Gottesdienst in der Erfurter Predigerkirche mitfeiern durften, mit der Einführung unserer neuen Landeskirchenmusikdirektorin Ingrid Kasper, die Sie heute ja auch alle im Gottesdienst schon erlebt haben. Bereits in meinem Bericht im letzten Jahr hatte ich erfreut und dankbar festgestellt, dass in den Strukturfahnen unserer Kirchenkreise etwas in Bewegung gekommen ist. Nicht nur in den Kirchenkreisen, deren Ampel auf Rot steht. Sie haben sich in den Kirchenkreisen auf den Weg gemacht, der Kirchenkreise Bestes zu suchen. Sie haben Verantwortung übernommen, um Rahmenbedingungen zu ringen, die die Verkündigung des Evangeliums angesichts unserer heutigen Herausforderung ermöglichen und die das Evangelium braucht. Zum 30. November letzten Jahres hatten wir den nächsten Meilenstein auf dem Weg, den der Landeskirchenrat beschlossen hat, erreicht. Alle Kirchenkreise haben sich wie vereinbart beim Landeskirchenrat zurückgemeldet. Allerdings haben nicht alle Kirchenkreise Beschlüsse ihrer Kreisenoten vorgelegt, aus denen die zukünftige Kirchenkreisstruktur einschließlich Terminierung hervorgeht. Alle Kirchenkreise haben inzwischen von mir einen Brief erhalten oder werden in diesen Tagen ihn erhalten, in dem das jeweilige weitere Vorgehen skizziert ist. Dabei sind wir nach den Ampelkriterien des Rahmenstellenplanes vorgegangen, die der Landeskirchenrat beschlossen hatte. Viele Kirchenkreise haben konkrete Rückmeldungen über ihre Fusion mit entsprechender Zeitschiene abgegeben und zurückgemeldet. Andere Kirchenkreise werden erst mittelfristig in entsprechende Veränderungen gehen, weil sie noch nicht so weit sind, was die Ampel anbelangt. Bei sechs Kirchenkreisen sind die Entwicklungsperspektiven noch in der Diskussion und es wird auch über ein Modell der Selbststeuerung nachgedacht. Mit diesen werden wir weitere Perspektivgespräche führen und auch mit möglichen Partnern. Dies betrifft die Kirchenkreise Altenburger Land, Gera und Kreiz, sowie die Kirchenkreise Elbe-Fleming, Haldensleben, Wollmerstedt und Magdeburg. Die Gespräche werden bis zum 30. September abgeschlossen sein, da ein Teil dieser Kirchenkreise nach den Kriterien rot ist und dringender Handlungsbedarf besteht. Wir hoffen im Landeskirchenrat auf einvernehmliche Lösungen mit den betroffenen Kirchenkreisen im Sinne des Artikel 34 Absatz 3 der Kirchenverfassung. Bei Einvernehmen wird der Landeskirchenrat dann die zukünftige Struktur im Sommer 2025 beschließen. Sollte kein Einvernehmen erreicht werden, liegt die Entscheidung auf der Herbstsynode 2025 bei Ihnen hier in der Landessynode. Die Landessynode hatte auf ihrer Tagung am 17. April einen Zeitplan für die Umsetzung der Neugestaltung der geistlichen Leitungsämter beschlossen, aus dem sich ergibt, dass den verschiedenen Organen der Landeskirche regelmäßig berichtet wird. Wir haben verabredungsgemäß in Bezug auf das Regionalbischöfliche Amt weitergearbeitet. Im Februar 2024 ist dem Landeskirchenrat ein Zwischenbericht gegeben worden und auf der Herbsttagung wird im Rahmen meines Bischofsberichtes der Landessynode ein Bericht dazu gegeben werden. Eine Evaluation unter Federführung des Landeskirchenrates wird auf der Herbstsynode 2026 erfolgen. Neben der Auswertung der Neuordnung, Aufgabenwahrnehmung, Aufgabenumfang, Einsparung werden dabei auch die Auswirkungen auf die Kirchenkreise und das Superendentenamt einbezogen werden. Bereits jetzt lässt sich feststellen, dass die Arbeit in zweier Teams einen erhöhten internen Abstimmungsbedarf bedeutet, aber den Dienst positiv prägt. Die Übertragung der abgeleiteten Dienstaufsicht der Superendenten auf die Regionalbischöfe ist problemloser gelaufen als erwartet und wird nun weiter gestaltet. Die Vergrößerung der Zuständigkeitsbereiche hat zu den erwartbaren Mehrbelastungen geführt und führt immer wieder auch an Grenzen. Die Aufgabenkritik muss laufend fortgeführt werden, damit das regionalbischöfliche Amt in unserer Landeskirche so ausgestaltet wird, dass es auch leb heißt. Der Landeskirchenrat hat für die Evangelische Kirche Mitteldeutschland ein Wort zum Wahljahr mit dem Motto Herz statt Hetze beschlossen. Dieses Wort hat sich in auch die Evangelische Kirche von Kressenwaldeck angeschlossen, zu der in Thüringen das Dekanat Schmackhalden gehört. Das Wort zum Wahljahr lese ich im Wortlaut vor, weil es ist so knapp, dass es bei MDR Info ganzen Tag oder zwei Tage lang immer in den Halbnachrichten vollständig zitiert wurde. Also kurze Wörter haben auch Vorteile. Weil es uns auch in der Diskussion ja beschäftigen wird, trage ich es vor. In diesen Tagen werden demokratische Prozesse und Institutionen angezweifelt und verächtlich gemacht. Populistische, rechtsextremistische und antisemitische Positionen werden zunehmend gesellschaftsfähig. Misstrauen, Hass und Hetze treiben unsere Gesellschaft auseinander. Viele Menschen sind verunsichert und haben Angst vor dem, was kommt. Das darf uns nicht dazu bringen, uns von populistischen Aussagen und scheinbar einfachen Lösungen verführen zu lassen. Christinnen und Christen glauben an die von Gott gegebene Gleichwertigkeit aller Menschen und die unveräußerliche Würde jedes Menschen. In der Nachfolge Jesu setzen wir uns darum besonders für benachteiligte, arme, fremde und geflüchtete Menschen ein. Unter dem Motto Herz statt Hetze engagieren wir uns für eine offene und vielfältige Gesellschaft, in der jeder Mensch ohne Angst leben kann. Wir sind mit der katholischen Kirche einig, Die Erklärung der EKM zur Kirche und politischen Parteien, die Landeskirchenrat verabschiedet hat und die sich die Landessynode auf ihrer Frühjahrstagung 2016 zu eigen gemacht hat, wurde einer Überarbeitung unterzogen und mit anderem Material soll dies alles Ihnen auch jetzt im Wahljahr zur Verfügung gestellt werden, auch den Gemeinden. Der Bundestag hat im Mai 2022 die Errichtung eines Zukunftszentrums für deutsche Einheit und europäische Transformation beschlossen. Eine Jury hat im Februar 2023 Halle als Standort den Zuschlag gegeben. Das Zukunftszentrum soll mit Investitionen in Höhe von über 200 Millionen Euro bis 2028 entstehen. Die Ende 2020 von der Kommission 30 Jahre friedliche Revolution und deutsche Einheit vorgeschlagene Einrichtung soll dazu dienen, ich zitiere, ostdeutsche Transformationsleistungen nach 1990 zu würdigen und zu reflektieren. Entstehen soll also so eine Art Ost-West-Think-Tank der deutschen A-Einheit, aber auch über die Zukunft von Demokratie in Europa mit zusätzlicher Dynamik durch die Beunruhigung des Anwachsens von europaweitem demokratiefeindlichen Populismus. Wir nehmen hier exemplarisch wahr und deshalb vor allem berichte ich das, wie sich die gesellschaftliche Rolle der Kirche verändert hat. Keiner auf Bundes-, Landes- oder Stadtebene hat von sich aus daran gedacht, die Kirchen mit einzubinden. Wir haben aber proaktiv agiert und haben zwei ehrenamtliche Beauftragte der EKM berufen, Eckhard Warner, Pfarrern Halle und Christian Beuche, Superintendent in Mühlhausen. Wir haben auch die EKD und das Brüsseler Büro der EKD mit einbezogen und sind mit ersten konzeptionellen Überlegungen gestartet, wie wir uns daran beteiligen können. Vieles ist noch sehr offen, weil noch keiner genau weiß, was das eigentlich werden soll. Aber es könnte auch für unsere Kirche und auch für unsere alten Kontakte, Ost-West-Kontakte, ein interessanter Ort sein, die wieder aufleben zu lassen und sich in dem Zentrum dort zu treffen. Und dort wird es ein großes Gebäude geben. Das soll architektonisch eindrücklich sein. Es sollen dort Ausstellungen geben. Es soll aber auch eben gerade die Möglichkeit zu Tagungen und Kontakten da sein. Ist alles offen, inzwischen gibt es erste Gespräche auf Landes-, Bundes- und europäischer Ebene nicht nur mit der Bedeutung der Kirchen für die Ermöglichung der deutschen Einheit, sondern auch mit unseren erlebten und gestalteten Transformationsprozessen bringen wir uns gern mit unseren Erfahrungen in diesen Diskursraum für die europäische Zukunft ein. Wir haben uns im Landeskirchenrat schließlich mit dem vorerst vertraulichen Abschlussbericht des Anerkennungsausschusses zum DDR-Unrecht beschäftigt, der dem Landeskirchenrat im Februar 2024 vorgelegt worden ist. Ich darf zur genaueren Einordnung kurz an die zurückliegenden 10-jährigen Prozesse erinnern. Der Landeskirchenrat hatte sich im Mai 2014 ausführlich mit der Frage 25 Jahre friedliche Revolution beschäftigt. Es wurde ein Brief an die Gemeinden verabschiedet und die Frage thematisiert, welche weiteren Schritte die EKM als Rechtsnachfolgerung der beiden mitteldeutschen Vorgängerkirchen gehen sollte. In dem Beschluss heißt es, Der Landeskirchenrat unterstützt, dass nicht öffentliche Gespräche mit Menschen geführt werden, die sich vor 25 und mehr Jahren von ihrer Kirche nicht genügend unterstützt gesehen haben. Es wurde beschlossen, einen landeskirchlichen Beirat für Versöhnung und Aufarbeitung zu begründen. Diesen Beirat wurde die Aufgabe übertragen, Vorschläge für das weitere Vorgehen und die weitere Versöhnungsarbeit zu unterbreiten, Forschungen anzureden und durch geeignete Formate das Gespräch zur Aufarbeitung und Versöhnung zu gestalten. Entsprechend der Beauftragung durch den Landeskirchenrat haben Beiratsmitglieder eine ganze Reihe von Einzelgesprächen mit Betroffenen geführt. So kamen auch Menschen in den Blick, die aufgrund ihrer Tätigkeit als Mitarbeitende der Kirche mit den staatlichen Institutionen der DDR in Konflikt kamen und dann auf unterschiedliche Weise aus dem kirchlichen Dienst ausgeschieden sind. Im Frühjahr 2017 war im Beirat verabredet worden, dass dem Landeskirchenrat als Konkretion vorgeschlagen wird, im Herbst des Jahres 2017 ein Bußwort zu veröffentlichen. Denn ein öffentliches Wort kann einen neuen Gesprächsprozess anregen. Dies sollte in der Hoffnung geschehen, neue Schritte der Versöhnung gehen zu können. Die damals in der Synode mit dabei waren, wissen, dass das in der Synode nochmal Diskussionen ausgelöst hat, wer eigentlich was verabschieden darf und es ging um Kommunikation. Aber wir haben damals dieses Versöhnungs-, dieses Bußwort 2017 im Landeskirchenrat verabschiedet. Im zweiten Halbjahr 2020 hat der Landeskirchenrat auf Vorschlag des Beirates für Versöhnung und Aufarbeitung die Gründung eines befristeten Anerkennungsausschusses von drei Personen, die Berufung einer Ombudsperson und die 50%-Fahrstelle für die Geschäftsführung in dieser Zeit und Seelsorge beschlossen. Die elfte Tagung der zweiten Landessynode hat die Gründung des Anerkennungsausschusses begrüßt und um einen Bericht über die absolvierte Arbeit gebeten. Im Februar 2024 wurde dieser Abschlussbericht dem Landeskirchenrat eröffnet. Dieser Bericht ist momentan in der Abstimmung für eine zu veröffentlichte Fassung unter Wahrung der Anonymität der Betroffenen und wird dann auch der Landessynode vorgelegt. Zum vorläufigen Abschluss dieses Prozesses wird es einen Fachtag und einen Gottesdienst im August 2024 geben und wir hoffen auf ein breites Interesse, auch der Söder, ich lade Sie hier ausdrücklich ein, am 12. August 2024. Am Nachmittag nach Magdeburg zu kommen. Der Landeskirchenrat führt eine Traktantenliste mit den Themen, die er sich vorgenommen hat und hier ist sie beigefügt in der Fassung vom 11.03.2024. Und wenn Sie selber finden, dass der Landeskirchenrat etwas auf seine Traktantenliste setzen sollte, können Sie jederzeit diese nodalen oder auch andere ansprechen, die das hier in den Landeskirchenrat einbringen und dann würden wir das auch bearbeiten. Zweitens. Forumstudie zur Vorstellung und zur Weiterarbeit in der EKM. Ende 2020 hatte der Forschungsverbund Forschung zur Aufarbeitung von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsformen in der evangelischen Kirche und Diakonie in Deutschland, Abkürzung Forum, mit einer breit angelegten unabhängigen Studie als unabhängiges Forschungsprojekt zum Thema sexualisierte Gewalt in der evangelischen Kirche seinen Arbeit aufgenommen. Sie umfasst ein Metaprojekt sowie mehrere Teilprojekte. Beteiligte Institutionen waren die Hochschule Hannover, die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg, die Bergische Universität Wuppertal, die Freie Universität Berlin, das Institut für Praxisforschung und Projektberatung München, das Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf, das Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim, sowie die Universität Heidelberg. Das Forschungsprojekt wurde von der evangelischen Kirche mit ihren 20 Landeskirchen beauftragt. Die Kosten von ca. 3,6 Millionen Euro wurden von den Landeskirchen anteilig finanziert. Den Abschlussbericht können Sie übrigens im Netz einsehen. Finden Sie sofort, wenn Sie Forum eingeben. Da gibt es eine Kurzfassung und eine Langfassung. Ich lege Ihnen das Studium ans Herz. Wir haben die Studie ausdrücklich begrüßt. Sie leistet einen wesentlichen Beitrag, um strukturelle Probleme zu erkennen und unsere Präventionsarbeit und unsere Schutzkonzepte darauf auszurichten. Die Ergebnisse werden nun auf allen Ebenen der evangelischen Kirche intensiv diskutiert und dazu verwendet, den innerkirchlichen Aufarbeitungsprozess zu schärfen und effektiver zu gestalten. Vorgestellt wurde die Studie am 25. Januar unter großem medialen Interesse. Die EKD und die unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, die UBSKM, haben vereinbart, dass im Laufe der nächsten Monate durch die Bundesländer Personen für die regionalen Aufarbeitungskommissionen der Kirchen berufen werden, die mit verschiedenen wissenschaftlichen Methoden den Aufarbeitungsprozess steuern und gestalten werden. Der gemeinsame Start dieser Kommissionen in allen evangelischen Kirchen ist für 2025 geplant. In der LKM sind bei der Auswertung von knapp 9.000 Personalakten von Fahrpersonen aus den Jahren 1946 bis 2020 insgesamt 49 Beschuldigte und 125 Betroffene ermittelt worden. Dies ist allerdings nur das Hellfeld sexualisierter Gewalt. Wir müssen von einem sehr viel größeren Dunkelfeld ausgehen, das schwer aufzudecken ist. Bei der Vorstellung der Studie durch die Wissenschaftler ist leider der Eindruck entstanden, dass die Landeskirchen bis auf eine die Aktenauswertung nicht wie vereinbart vornehmen wollten oder konnten. Da wir tatsächlich alle rund 9.000 Personalakten der Vorgängerkirchen und unserer Kirche einzeln durchgesehen und ausgewertet hatten und nicht nur die wesentlich geringere Anzahl von Disziplinarakten, hatten wir bezüglich unserer Zuarbeit ein reines Gewissen und waren froh, dass wir die Aufgabe hatten erfüllen können. Wir hofften sogar, wie übrigens acht andere Kirchen auch, die eine Kirche zu sein, von der in der Forumstudie unbenannterweise die Rede war. Leider nicht, denn es war die reformierte Kirche in Leerostfriesland. Woran lag es aber, dass unsere Zuarbeit als nicht zureichend klassifiziert worden ist? Wir haben nachgefragt. Es gab kommunikative Missverständnisse. Nachdem anfangs bei allen Landeskirchen Personalakten ausgewertet werden sollten, gab es einige Landeskirchen, die der EKD gegenüber einwandten, dass sie dies personell aufgrund der Organisation oder Aktenablage nicht leisten könnten. Daran merkt man, dass in der evangelischen Kirche, in den 20 Kirchen, alles wirklich sehr, sehr unterschiedlich ist. Also von der, wo die Akten sind und wie die aufbewahrt werden. So ist es nirgendwo identisch. Das war für die Studienmacher ein bisschen kompliziert, weil sie katholischerseits bei der anderen Studie war das eben einheitlich geregelt. Und die EKD hat dies den Forschenden mitgeteilt. Es wurde sich daraufhin darauf verständlich notgedrungen, mit der weniger umfangreichen Disziplinaraktensichtung weiterzumachen und nur von einer Landeskirche der Reformierten alle Personalakten ausgewertet zu bekommen. Als wir da mit unseren vollständigen Personalaktenauswertungen kamen, hat Forum dies nicht als solches in die Auswertung aufgenommen, da das Teilprojekt E davon ausging, dass auch wir nur Disziplinarakten ausgewertet hatten. Dies betraf eine Reihe von Kirchen, sodass die Anzahl der ausgewerteten Akten viel höher war, als im Teilprojekt E angegeben, wo nur die Meldung aus der Durchsicht verarbeitet wurde. Da das Teilprojekt E einen Vergleich mit der Anzahl der durchgesehenen Akten bei der katholischen MAG-Studie gemacht hat, ist hier darauf hinzuweisen, dass in den evangelischen Kirchen mehr Akten als in der MAG-Studie durchgesehen wurden. Eine genaue Zahlenerhebung ist nicht erfolgt, da schon bei der Präsentation das Thema Zahlen einen zu großen Raum eingenommen hat und im Vergleich mit den wichtigen Ergebnissen der anderen Teilprojekte. Deswegen kamen wir bei der Vorstellung der Studie auch nicht besser davon als die anderen Landeskirchen. Dennoch war diese gründliche Aktenrecherche nicht umsonst. Sie bildet für unsere Landeskirche und die zu gründende Aufarbeitungskommission eine fundierte Grundlage für die weitere Arbeit. Bedauerlich ist, dass die Debatte um das Teilprojekt E und die tatsächlichen Zahlen und Fakten dazu geführt hat, dass die Forschungsergebnisse der anderen Teilprojekte der Forum-Studie nicht ausreichend wahrgenommen wurden. Als Beispiel soll an dieser Stelle das Teilprojekt D der Forum-Studie stehen. In diesem Forschungsprojekt haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gemeinsam mit betroffenen Frauen und Männern als Co-Expertinnen Strukturen in der evangelischen Kirche ermittelt, die Missbrauch begünstigen. Dabei kommen sie zu dem Schluss, dass es in der evangelischen Kirche in weiten Teilen eine Kultur der Distanzlosigkeit und der intransparenten Hierarchien gibt. Solche Erkenntnisse sollten uns ermutigen, auch unsere eigene Arbeit und unsere Leitungsverantwortung einem kritischen Blick zu unterziehen. Reflektieren wir in unserer Arbeit das Verhältnis von Lehe und Distanz ausreichend? Sind unsere Verantwortlichkeiten klar? Wie kommunizieren wir diese nach außen und innen? Immerhin vertrauen uns viele Eltern, ihre Kinder und Jugendlichen an. Werden wir diesem Vertrauen gerecht? Es reicht heute nicht mehr, unsere Arbeit damit zu begründen, dass wir sie schon immer so gemacht hätten. Eltern und Erziehungsberechtigte wollen sehen und erkennen, dass wir uns mit unseren Angeboten angesichts neuer Herausforderungen kritisch auseinandersetzen. Haben wir Schutzkonzepte für unsere Arbeit? Wie ernst nehmen wir diese? Haben wir Ansprech- und Vertrauenspersonen in der Landeskirche und in der Arbeit vor Ort? Und damit sind wir bei dem Thema Prävention. Die EKM verfolgt aber die Aufarbeitung dieser Prävention von sexuellem Missbrauch konsequent und strukturiert. So wurde bereits 2013 als eine der ersten Liedkirchen der EKD ein unabhängiges Entscheidungsgremium für ergänzende Hilfeleistungen für Opfer sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche einberufen. Betroffene erhalten eine Anerkennungsleistung, mit der die EKM das erfahrene Leid anerkennt. Ebenso seit 2013 gibt es ein umfangreiches Präventionskonzept. Im Frühjahr 2021 wurde durch die Landesregierung das Kirchengesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt verabschiedet. Seit zwei Jahren gibt es die Ansprechstelle zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Eingerichtet wurde zudem eine gemeinsame Meldestelle der EKM, der Kirche Anhalts und der Diakonie Mitteldeutschlands bei einem externen Dienstleister, dem evangelischen Jugend- und Fürsorgewerk Kind im Zentrum in Lutherstadt-Wittenberg. Zudem ist ein Rahmenschutzkonzept für die Landeskirche entwickelt worden, auf dessen Grundlage ab 2024 Schutzkonzepte in den Kirchenkreisen und den Werken und Einrichtungen entweder implementiert oder noch weiter verbessert werden, um die Präventionsarbeit zu professionalisieren. Zwei Mitarbeiterinnen haben zu Beginn dieses Jahres ihre Arbeit im Büro der Ansprechstelle aufgenommen. Wie notwendig Prävention, aber auch Intervention sind, sollen einige Zahlen verdeutlichen. Die Zahlen der Beschuldigten und Betroffenen hatte ich schon genannt. Nach Abschluss der Zuarbeiten gingen sechs weitere Meldungen ein. Darüber wurde auf der Herbstnode berichtet. In diesem Jahr sind bis jetzt neun weitere Meldungen sexualisierter Gewalt eingegangen. Zwei der neun Meldungen betrafen aktuelle Vorgänge, mit denen auch arbeitsrechtliche Konsequenzen verbunden waren. Die anderen Fälle betrafen Vorgänge in der Vergangenheit, die eine umfassende Aufklärung und Aufarbeitung bedürfen. Wir haben auf unserer letzten Synode die Betroffenen hier gehabt. Wir haben mit ihnen Gottesdienst gefeiert, mit ihnen auch gesprochen in geschlossenen Räumen. Und wir spüren diese Verantwortung und werden in der kommenden Synode auch sehen, was die Schlussfolgerungen sind, die das Beteiligungsforum aus der Studie gezogen hat und die in allen Kirchen, in allen evangelischen Kirchen umgesetzt werden sollen. Drittens. Schlussfolgerungen aus der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Mit der schrittweisen Veröffentlichung der sechsten Mitgliedschaftsuntersuchung hat auch in der EKM die Frage nach der praxisrelevanten Auswertung der Befragungsbefunde begonnen. In Repliken der Medienlandschaft erhält die Tatsache, dass die Mitgliedschaften einer der beiden großen Kirchen Deutschlands im Laufe des Jahres unter 50 Prozent der Bevölkerung sinken wird hohe Aufmerksamkeit. Die KMU 6 belegt, dass die Bindung an beide Großkirchen deutlich zurückgeht und von den Mitgliedern in beiden Kirchen Reformen erwartet werden. In den bisherigen Auswertungsgesprächen unseren Kirchenkreisen und Gemeinden bestand ein großes Interesse an einzelnen in der Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung hervorgehobenen Themen. Die globale Großwetterlage, so äußert sich ein Teilnehmerin stellvertretend für viele, ist uns doch lange schon bekannt. Ohne hier auf die Fragen des besonderen Forschungsdesigns dieser KMU 6 und der lebhaften Debatte zu einzelnen Ergebnissen einzugehen, möchte ich einzelnen Themen anreißen, die es verdienen, in Kirchengemeinden und Kirchenkreisen ausführlich besprochen zu werden. Denn erhobene statistische Werte sind so lange bedeutungslos, solange wir nicht über Schlussfolgerungen nachdenken und diese zur Umsetzung bringen. Wir haben mit Christian Vormann und ich haben überlegt, dass es gut wäre, hier auch kurz das schon mal anzureißen. Wir werden ja in der Tagung selber noch vertiefend darauf eingehen. Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen haben seit 1972 einen Schwerpunkt in der Befragung zum Besuch des Gottesdienstes. Hier war in der Regel von dem Hauptgottesdienst am Sonntag und den hohen Feiertagen die Rede. Deutschlandweit belegen aber Umfragen und Statistiken seit gut 30 Jahren einen kontinuierlichen Rückgang des Gottesdienstbesuches an Sonn- und Feiertagen. Ebenso ist festzustellen, dass insbesondere die evangelischen Gottesdienstbesucher deutlich älter geworden sind. Besonders die Altersgruppe zwischen 45 und 59 Jahren besucht besonders häufig nie einen Gottesdienst. Trotz der auch bei uns festzustellenden niedrigen Gottesdienstzahlen ist der Prozentsatz der den Gottesdienstbesuchenden Kirchenmitglieder im Osten höher als im Westen. Die mindestens mehrmals im Jahr den Gottesdienst zu besuchen, geben im Osten 56 Prozent der evangelischen Mitglieder an. Und doch müssen wir unsere gottesdienstlichen Veranstaltungen daraufhin befragen, ob sie der Vielfalt der Erwartungen gerecht werden können. Grundsätzlich deuten die Ergebnisse der KMU auf eine wachsende Pluralisierung des Gottesdienstlichen Lebens hin. Am häufigsten werden familiäre Anlässe, Kasualgottesdienste, bei der Frage nach Anlässen genannt. Dem folgt der Besuch von Christfestbern und Gottesdiensten am Heiligabend. Und wir haben ja im Osten Deutschlands und auch in unserer mitteldeutschen Kirche sozusagen eine Heiligabendfrömmigkeit. Da kommen 80 bis mehr Prozent der Mitglieder plus x Menschen, die nicht mehr dazugehören. Das ist für uns immer eine ganz wichtige und zentrale Gestaltungsaufgabe. Übrigens in alten Bundesländern liegt die bei 40 Prozent. Also da gibt es eine echte große Differenz. Und das zeigt nochmal, dass da auch ein Schatz sozusagen der Heiligabend ist. Dabei steht aber die Frage, ob dieser Gottesdienst aus der Perspektive der Mehrheit der Besucher nicht vornehmlich als ein familiär, kasualer Gottesdienst zu verstehen ist. Was bedeutet das denn für den liturgischen Ablauf mit Lesungen und alttestamentlichen Verheißungen zum Beispiel am Heiligenabend? Dass dies ein christliches Hochfest ist, spielt bei vielen der Gottesdienstbesucher als Motivation zum Besuch so gut wie keine Rolle. Viel wichtiger scheint der gemeinsame Kirchgang mit der Familie, gegebenenfalls mit Freunden oder Menschen, die man immer schon mal wiedersehen wollte. Die Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung bestätigt andere Untersuchungen zum Gottesdienst in Leben, insbesondere die Kirchgangsstudie der VELKD von 2019. Die wird durch die Ergebnisse der KMU gestützt. Für den Gottesdienstbesuch steht die individuelle Religiosität und die erwartete Gestaltungsform des Gottesdienstes in einem motivierenden Zusammenhang. Ein weiterer Schwerpunkt für unsere Erlebung muss die Frage der kirchlichen Sozialisation im Kontext der familiären Sozialisation darstellen. Auffällig ist hier die hohe Wertschätzung der Konfirmandenarbeit und der Konfirmation als prägendes Ereignis. Insbesondere die Verbindung zwischen der Taufe und der Konfirmandenzeit spielt offenbar eine große Rolle. Im Blick auf eine zu stabilisierende Mitgliedschaft. Getaufte, die konfirmiert sind, so kann man pauschal feststellen, treten später zu einem erheblich geringen Prozentsatz aus der Kirche aus, als die, die nur getauft wurden. Insbesondere in den neu zu bildenden Kirchenkreisen und der Herausforderung, die Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit zu bestimmen, sollte dieser Aspekt betrachtet werden. Kindergottesdienst, Gemeindeveranstaltungen für Kinder, die Konfirmandenzeit mit Konfirmation und die Jugendarbeit haben neben der Begleitung der Familien von der Taufe an eine hohe Bedeutung für die Mitgliedschaftsbindung. In diesem Zusammenhang will ich auch auf den Religionsunterricht hinweisen. Der KMU 6 ist es gelungen, ein differenziertes Bild zur Wirksamkeit und der Bewertung des Religionsunterrichts aus der Perspektive ehemaliger und derzeitiger Schülerinnen und Schüler zu gewinnen. Da dies ein sehr differenziert zu betrachtendes Feld ist, soll ein Einstieg auf den ermutigen Impuls eingegangen werden, das immerhin 45 Prozent der Evangelischen angeben, dass der Besuch des Religionsunterrichts für ihre spätere Einstellung zu religiösen Fragen Einfluss gehabt hat. Im katholischen Bereich sind es sogar 52 Prozent. Von den Konfessionslosen sagen dies 27 Prozent. Damit wird allerdings noch nichts über eine positive oder negative Wirkung gesagt. Die negative Wirkung von dem Religionsunterricht wurde 2012 erfragt und ergab bei den Evangelischen 10 Prozent. Aber es gilt, was wirkt, verdient unsere intensive Betrachtung. Diese zunächst ermutigenden Erkenntnisse zum Religionsunterricht werden allerdings durch weitere Erkenntnisse flankiert. Hier muss die Auswertung und die Folgerung für unser Engagement im Religionsunterricht der allgemeinbildenden Schulen auch vor dem Hintergrund unserer Debatte vor einem Jahr auf der Frühjahrstagung weiter bedacht werden. Eine Besonderheit der KMU 6 besteht darin, dass es ein Begleitprojekt der EKM gibt, das sich der religiös-sozialen Praxis der Kirchenmusik widmet. Hier hat es eine erste quantitative Befragungsauswertung gegeben. Diese Auswertung bestätigt unseren Weg der kirchenmusikalischen Arbeit kontinuierlich viel Aufmerksamkeit und Ressourcen zur Verfügung zu stellen. In den nächsten Monaten sind Kirchenkreise und auch die Berufs- und Ehrenamtsgruppen der Kirchenmusik herzlich eingeladen, mit Vertretern des Landeskirchenamtes zu dieser Fragestellung in Kontakt zu treten. Wichtig wird es sein, ob es uns in den nächsten Monaten gelingt, eine qualitative Befragung im kirchenmusikalischen Arbeitsgebiet zu initiieren, durch die wir dann konkrete Schlussfolgerungen ziehen können. Es ist nochmal ganz interessant, dass man das bisher in allen KMU vorher nicht befragt hat, die Kirchenmusik. Es ist eigentlich faszinierend und es war auch unsere Mitarbeiter in der Kommission, die das vorbereitet hat, die KMU, wurde das eingebracht und ist das erste Mal ausführlich auch mit untersucht worden. Zum Thema Kirchenmitgliedschaft und Kirchenmitgliedschaftsbindung, mit dem ich meinen Blick auf die KMU 6 abschließe, empfehle ich uns auf der Herbsttagung der Landessenode einen kleinen Schwerpunkt zu setzen, weil dann auch die Seelsorge mit dem wichtigen Aspekt der Beziehungsarbeit Thema sein wird. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Auswertung der Daten der KMU 6 im Herbst diesen Jahres konkretere Perspektiven für unser kirchliches Handeln in Mitteldeutschland ermöglichen wird. Ich soll Rede und Antwort stehen über die Hoffnung, die in mir ist. Wir sollen Rede und Antwort stehen über die Hoffnung, die in uns ist. Mit einem Blick auf den heutigen Lehrtext und den Wochenspruch aus dem ersten Petrusbrief habe ich meinen Bericht begonnen. Nicht leicht, aber essentiell ist dieser Blick. Leider sind die neutestamentlichen Briefe an manchen Stellen sprachlich so kunstvoll, man könnte auch umständlich formuliert sagen, dass die gute Botschaft wie ein zu gut verstecktes Osterei, das keiner findet, unentdeckt bleiben könnte. Auch der Schreiber des ersten Petrusbriefes macht es uns in dieser Beziehung nicht gerade leicht. Deshalb versuche ich es am Ende meines Berichtes mit leichter Sprache. Leichte Sprache geht zwar manchmal auf Kosten der Genauigkeit und der sprachlichen Schönheit, aber sorgt in jedem Fall dafür, dass wir alle leicht verstehen, welche Hoffnung Gott uns durch die Auferstehung schenkt. Der Text in leichter Sprache. Gott ist gut. Er hat Erbarmen mit uns. Er schenkt uns neues Leben. Genauso wie seinem Sohn Jesus. Jesus war tot. Aber er wurde wieder lebendig, erst auferstanden. Das gibt uns Hoffnung. So sei es. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für diesen wichtigen Bericht für uns.